Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Beyond Guten Evil im Schlachthausviertel, habe ich gerade gelesen, im Speicherort. Okay, wir sind in den Schlachthäusern. Wir können auch momentan, glaube ich, gar nicht zurück. Wir müssen mit dem klarkommen, was wir hier haben. Ja, wie sollen wir jetzt zurückkommen? Erstmal. Okay, schauen wir mal. Oh Gott! Oh je. Kannst du mal was tun, Double Age? Musst aber nicht, kann auch alles alleine machen. Vielleicht würdest du auch das angreifen, was ich nicht angreife. Das wäre auch ziemlich geil. Warum kommen die denn jetzt hier noch auf einmal... auf einmal auch so viele? Oh, oh, oh. Ich muss dringend was essen. Habe ich noch so eine Karabsbüchse? Ja. Okay, hier kommt wahrscheinlich der dicke Double Age gerade nicht durch. Das scheint der einzige Weg zu sein, aber ich habe keine Ahnung, wohin er führt. Ja, ich auch nicht. Ähm. Ah. Okay. Für Ruhm und Ehre. Muss ich da jetzt mit dem Hovercroft durchfahren? Kann ich denn da... Das schafft das Hovercroft doch. Aber ich muss ja, ne? Ich glaube, meine Seite ist noch nicht ganz drin, ne? Warte mal. Doch, weiter geht's nicht. Ja, muss ich ja mit dem Hovercroft durch, weil, ähm... Wie soll's sonst anders funktionieren? Ich probier's mal. Steuerung wieder. Ich komme mit der Steuerung immer noch nicht klar. So, hopp. Ist er drin? Ja. So. Hier komm... Und da komme ich. Ja. Alles klar. Woher? Näh. Na. Wir sind drin. Ach, verdammt, ey. Es ist so viel. Was ist denn mit dem Hovercroft machen müssen? Steuerung ist auch wieder grandios. Das trifft uns nicht. Schön. Das können wir auch einfach umfahren. Indorier die ganzen Kisten. Mal. Warum ist es denn auf einmal so schnell? Oh Gott. Ich wollte mich hier in Ruhe umgucken und dann auf einmal rast es da durch. Mann, 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 Mann. Boah, die Steuerung ist so ätzend. Boah, ich weiß nicht, wohin muss. Ich glaube, ich muss... Äh. Warte ich nicht hier irgendwie hoch? Ähm. Wartet mal. Nee. Gar nicht. Hier war irgendwie was. Da muss ich rein. Ich stelle mich nicht blöd an. Das ist wirklich so blöd. Ja, ja. Ich höre euch schon. Ja, natürlich. Du bist einfach so blöd dafür, mit Tastatur und Maus zu spielen. Nein, die Steuerung ist wirklich kacke. Ich habe das sogar schon bei Leuten gelesen. Äh. Ich habe nicht versucht, das Ganze auf dem Controller zu patchen. Problem ist nur... ...den Patcher, den ich gefunden... ...habe... Ah. Nein. Ich glaube, das war jetzt falsch, oder? Den Patcher, den ich nicht gefunden habe, der ist nur bis Windows 7. Was doof ist. Bin ich denn jetzt hier? Hallo? Ich hoffe, ich finde auch einen Speicherpunkt, weil ich wollte nur zwei Folgen aufnehmen. Ich bin halt ein bisschen sparsam. Weil ich nämlich meinen Upload-Plan geändert habe. Deswegen nur zwei Folgen. Ich glaube, hier komme ich noch nicht lang. Ja. Also, die Bianco-Lebel-Folgen kommen immer montags und dienstags. Weil, ähm... Zum einen hat sich das so ein bisschen eingebürgert bei mir jetzt. Und zum anderen... Ich kann nicht mehr als zwei Folgen mit dieser Steuerung aufnehmen. Das hat mich zum Spider auch schon gesagt. Er meinte, wenn du mit deinen... ...zwei Folgen da die Woche glücklich bist, dann mach das doch! Und ja, ich werde es auch machen. Es kommen... Also, Bianco-Lebel kommt ab heute... War ja schon die ganze Zeit, aber jetzt ist es offiziell. Montag und dienstags. Eigentlich hatte ich es ja echt geplant, hier täglich zu bringen. Aber ich, wie gesagt... Ich komme mit dieser Steuerung einfach nicht klar, dass ich da mehr als zwei Folgen auf Stück aufnehmen kann. Und dann sind ja noch andere Let's Plays, die auf... Nein, 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 nein. Nein, nein, bloß nicht. Das ist aber eine Abkürzung, ne? Das ist zwar schon cool. Ach, guck mal, jetzt haben wir die freigeschaltet sogar. Sehr cool. Okay. Kannst du bitte wieder hochfahren? Es spackt gerade total fest. Blödes, blödes, blödes Hovercraft. So, ich habe doch hier den Weg freigesprengt. Das ist nicht der Weg. Wo ist der Weg? Ist wohl der Weg hier. Jetzt haben wir wieder Musik. Schlachthauseingang. Ah, wir sind da. Hier wollte ich hin. Hier und nirgendwo anders. Also, wie gesagt, ich schaffe es einfach nicht mit der Steuerung, da mehrere Folgen am Stück aufzunehmen. Das mache ich ja sonst eigentlich immer ganz gerne. Aber das ist so eine ätzende Steuerung, Leute. Ich schwöre es euch. Und ich liebe das Spiel. Ich würde wirklich gerne jeden Tag mich in den letzten vier Folgen aufnehmen, wie ich so im Internet-Play gemacht habe. Aber wie gesagt, das ist echt nicht möglich. Kannst du... Jade? Du musst hier irgendwo rauf. Hier? Ähm... Also, wir sind richtig. Achso. Hab's gesehen. Ich glaube, jetzt muss ich hier direkt wieder andocken, ne? Ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Okay. Kann ich hier andocken? Nee, ne? Aber ich kann ja hier ein Foto machen. Gut. Ich brauche mehr Beweise, Shawnee. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Voll assi, ne? Ey, wir riskieren hier unser Leben, ne? Unser Leben. Und die Alte will uns den Fluchtcode nicht schicken, bevor wir drei Fotos gemacht haben. Heißt, wir können nicht flüchten. Wir brauchen noch drei Fotos, Shawnee, bevor wir Ausgabe 514 fertigstellen können. Sei vorsichtig. Ja. Ich tue mein Bestes. Ich habe Pfälzwerfer durch und so. Bewachungsraum. Kann ich jetzt eigentlich mal irgendwo andocken? Ich dachte, ich wäre schon längst da. Ich hasse es nämlich wirklich, mit dem Hovercraft hier rumzufahren. Was ist da? Da ist wahrscheinlich Rückweg. Hier sieht es, glaube ich, ganz gut aus, dass ich hier mal ein paar Tage bleiben kann. Andocken. Nase. Immer, wenn ich aufnehme, ne? Das tut mir so leid. Kannst du nicht mal in die Wand quetschen? Ah, gut. Mach du das mal. Du hä? Äh. Hallo? Hallo? Muss ich da nicht CD's rausschmeißen? Anscheinend nicht. Doch. Alter! Halt doch mal still. Boah. Es ist tot. Ich muss jetzt erstmal shoppen gehen. Kontoidentifizierung. Okay. Eine Büchse Carbabs stellt die Lebens... Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vollständig. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ich kann diese aber nicht speichern oder so, ne? Was ist denn das? Irgendwas, was wir noch nicht haben. Oh, schön. Kommen wir wieder in der Perle. Yeah! Ja! Yeah! Okay. Steuerung zu hocken. Steuerung. Steuerung ist, äh, hier. Jetzt ist das wieder das Problem mit der Steuerung. Dass ich hier Steuerung drücken muss. Ich kann das doch nicht. So, ich werde erstmal eine Büchse Carbabs essen. Hä? Mit Kuh. Und hier mal den Knopf drücken. Ich glaube, dann kann Double L zum Beispiel nach oben. Ach, ne. Dann können wir mit dem Hovercraft weiter. Okay. Was ist da noch? Sollte ich erstmal speichern? Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss noch weiter mit dem... Jetzt geht es wieder runter. Okay. Ich muss noch ein bisschen mit dem Hovercraft fahren. Aber erstmal... Autsch. Erstmal da vorne gucken, was da so ist, ne? Wenn da scheiße ist, dann speichere ich. Ich hab mal nicht gespeichert, Leute, ne? Immer so nebenbei. Aber ich glaube, hier ist noch keiner. Wir müssen ja irgendwie noch Double H kriegen. Hier ist erstmal die Karte. Gut. Die haben wir erstmal... Wir sind ja noch gar nicht da. Guck mal. Okay. Wo muss ich da? Muss ich mit dem Ding hin? Zu schwer. Okay, okay. Ist gut. Dann müssen wir hier Double H finden. Ah, ich glaube, ich muss mit dem Hovercraft einfach noch ein Stück weiter fahren. Und dann... Krieg ich das. Wartet mal. Kann ich hier auch runterspringen schon? Nicht wirklich, ne? Warte, ich muss den Weg mal eben abgehen. Nee, ich muss... Genau, ich muss mit dem Hovercraft... ...dah hin. Dann kann Double H nämlich hier hoch und ich kann ihn mitnehmen. Ah, wie komm ich jetzt am schnellsten da runter? Gar nicht. Okay. Na. Scheiße, ist auch im Arsch der Welt, ne? Ich kann mich noch nicht bewegen. Das wäre ziemlich cool, wenn ich mich jetzt schon bewegen könnte. So, ich scheiße jetzt ein bisschen auf die Laserstrahlen. Zu spät, Miss Jade. Das Gitter ist schon zu weit unten. Es ist einfach zu knapp. Wir müssten den Schalter irgendwie fernsteuern. Ah, fernsteuern. Okay. Ach, verstehe, verstehe, verstehe. Ich glaube, von hier treffe ich ihn, ja. Ein bisschen zoomen. Gucken. Zielen. Lauf, 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 lauf. Double H? Wo ist der denn? Will der mich verarschen? Willst du mich verarschen? Komm, Kumpel. Bleib gefälligst hier. Alter Schwede, ey. Er ist noch am rummeckern. Wir schaffen das nicht und dann kommt er nicht. Zu eng für mich. Ich decke ihren Rücken, Mister. Ja, fuck you. Boah, ey. Sowas hasse ich ja, ne? Computerkomplizen, die dann nicht machen, was sie sollen. So. Auf ein neues. Jetzt ist er da unten. Boah, nur wegen dem machen wir die Scheiße doch. Ich docke jetzt erstmal hier an. Und speicher. Und beende dann den Part am besten schon. Das ist mir ein schöner Punkt jetzt hier. Ist er denn jetzt da? Ja, sehr schön. Okay. Benutzen. Spiel speichern. Ey. Das ist komplizierter als im wahren Leben mit solchen Computerfiguren. Ich schwör's euch. Nein. Aber ihr wisst, was ich meine. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.